Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video. Ich zeige euch heute, wie ihr die Glyphe Suche weiter und du wirst finden in San Geminayo in der Toskana lösen könnt. Ihr seht hier die Position, wo ihr die Glyphe findet und wir starten dann auch direkt hinein. In dieser Glyphe geht es vor allem darum, das Grabtuch von Jesus zu finden. Und damit startet ich als erstes in ein kleines Bilderrätsel rein. Da wird relativ klar gemacht, dass es hier darum geht, das rote Tuch zu finden. Das heißt, ihr schaut euch die Bilder an und auf jedem Bild, wo ihr ein rotes Tuch erahnen oder erkennen könnt, diese Bilder gilt es dort entsprechend zu markieren. Danach, kommt ihr dann auch gleich hin, müsst ihr das rote Tuch noch einmal in einem anderen Bild finden. Insgesamt ist dieses Rätsel gar nicht mal allzu schwierig. Ihr werdet gleich die Lösung von mir präsentiert bekommen. Wenn euch andere Lösungen zu anderen Glyphen interessieren, schaut auch mal in anderen Videos vorbei und lasst vielleicht auch ein Abo bei meinem Kanal da. So, wir haben jetzt gleich hier alle Bilder durchgeguckt und dann zeige ich euch, wie gesagt, wie die Lösung ist. Ihr habt es schon vermutlich relativ klar ahnt, es ist relativ simpel. Nämlich wirklich alle, die dieses rote Tuch hier beinhalten. Und damit haben wir auch den ersten Teil des Rätsels gelöst. Im zweiten Teil des Rätsels sehen wir jetzt auch noch einmal eine Darstellung von Jesus am Kreuz. Und rechts unterhalb des Kreuzes, also auf der rechten Seite dieses Bildes, seht ihr dann entsprechend auch den Edensplitter und zwar das Tuch. Und damit habt ihr dann auch hier diese Glyphe bereits gelöst. Ja, wie gesagt, wenn euch das ganze Video gefallen hat, wenn ich euch helfen konnte und falls euch vielleicht noch andere Glyphen interessieren, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Also, macht's gut! Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen Tag.